hallo willkommen zurück zu battlefield es geht weiter mit norwegen ich habe leider eine granate geschmissen deshalb gibt es hier alarm ich dachte ich hätte mal warfen wäre es noch in der tasche aber ich wusste einen widerstandskämpfer hier war irgendwas ja beruhigt euch mal mit euren glocken ja wir spielen wie kann er mich jetzt hier finden mit einem blöden scheinwerfer ich suche mich jetzt mal sucht mich mal und ich kann jetzt nicht raus zwei leute sind zu viel die sind so dunkel ich muss hier runter Kannst du mir nicht weismachen. Sie sind hier! Da sind wo! Sie sind hier irgendwo! Alter. Was ist denn jetzt los? Hä? Ich sehe ja nix! Da gehe ich nicht rein. Ich sehe ja gar nix. Ich habe was gehört. Geh mal nachsehen. Na gut. Ganz ruhig. Ich sehe deinen Kopf nicht, Junge. Hier ist gar nichts. Hier ist was, Junge. Guck mal runter. Da war's. Eine ihrer Soldaten! Die Minderer der Falle ist weg! Schalten sie alle ein! Weißt du was? Riste Granatopfer. Ich komme jetzt rauf, ja? Bitte nicht schießen! Ich hab... Boah! Ist der gemein! Ich bin... Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Let's go. aber warum ist eigentlich überhaupt mit scope immer mit wie geht er denn mit der leiter hat er geht automatisch runter gut gut so ich muss wohl lang so wenig leute hier können wir gar nicht weiter wir wollen wir das ab normal tief dunkel auch scheiße ernsthaft dann schalter wird mir hat er kein schalter auf risiko ich kann mir doch irgendwas cooles finden ich will so gerne kanad hier einschmeißen ich gehe mal schnell schießen müssen wird weil ich denke mal nicht kann man hier hier fahren ja die feine tasche alter mal auf die tür ich muss nach oben ich muss nach oben ist der verrückte ist der fahrt gewesen weiche taste da geht's alles sauber wir müssen hier auch wohl anscheinend bitte nicht schießen ich bin unbewaffnet wo ist wo ist hier wird es immer stinkiger hier stinkt schon nach nach einer falle das Ja, Mann. Hüttet. Hüttetalarm. Solvei. Mama. Was? Mutter? Fülle hinter dich. Pröv dir zu retten dein Leben. Fülle hinter dich. Ah, da findest du wichtig, ihr Team. Der ist süßig, ja. Bleib mit ihm. Solvei. Du kannst dich nach Hause. Tüskerne büggen und gefährlich. Wir müssen weg. Ego du. Mä, nöt. Und stoppen. Okay, ich hab Mama gerettet anscheinend. Mutter. Ich kann meine Schiene nicht nehmen, Mutter. Ich spiel so gerne Pistole. Ich darf nicht Pist... Ey, das Spiel verbietet mir Pistole zu spielen. Und verbietet mir eine Schia zu nehmen. Und verbietet mir zu rennen. Boah, ich darf nicht mehr laufen. Was? Es war weißer Weihe, das kann ich doch nicht. Busch, Galvi. Er muss noch etwas wichtig sein. Fass mich. Deine Halten nicht. Mut, dass wir auch die M40 haben. Wo kommen die denn jetzt von hier? Ja, von hier. Ja, Mutter. Das macht's doch mit Absicht, ey. Alles mit Absicht. Alles mit Absicht. Jetzt hätte man Scharfschützengewehr gebraucht. Mist. Ja, es ist so duster, ne? Ah, das ist meine Schuld. Ich hab's extra dunkel gemacht. Damit man nicht alles so sieht, aber... Ich würd's ja immer so schwer haben. Mutter! Kann man gleich von links setzen. Kann mich nicht auf die Seite lehnen. Ich hab's da. Hä? Sehr schön. Mutter! Schneller! Yo! Maulizat! Ich hab's da. Ich muss einfach sehen. Boah, dynamit! Wieso ist das? Das ist nicht unsere Aufgaben. Wir müssen den Auskennen. Wir müssen uns rausziehen. Nein, ich muss auf duchen. Ich muss auf den Quadraten aufrol. Du sehen dener Am cler. Ich habe mich auf die Hände. Du musst auf den Quadraten ein. Du musst auf uns rein. Was ist das? ok 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 was mit heimboxen bieter mutter geht doch nicht was wo wer was na 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 ruhig dich aber ich muss doch was boah das war ein flammwerfer ich bin aber jetzt nicht tot oder doch mutter so eine falle gut hohe warte müssen wenn es geht neil ich habe ihn jetzt nicht an bei hier ist nur eine granate aber der anfang war glaubt der punkt war besser weil da haben sie mich hat damit gibt mich nicht geschenkt scharfen wir haben es abgelegt da kann man es noch schuss drauf alle ich habe ihn nicht geschenkt hee was ich habe keine karte mehr du bist die rakete werfen immer wieder eine rakete wirst mein netten schatzschutzgewehr hätten einen kessel weg geschossen wo sind der kessel rucksack typen hier unten kito man muss nun mal ist nicht bücken, ne? Was? Das verstehe ich jetzt nicht. Bleib stehen, Junge. Das macht mich jetzt ein bisschen skeptisch. Ich wollte schon sagen. Das ist schön. Das muss ich mir aufheben. So. Ich hätte immer noch alles leise töten machen können. Äh, machen kann, machen können. Aber auf diesem Modus geht das nicht so gut. Ich werfe Rakete! Ich werfe, doch. Boah. Aua! Aua! Schau mal, das verstehe ich nicht, leg mich hin und sie bewegt sich nach oben. Wir haben ja Zeit. Ja, machen wir auch Granate. Alter, ich sehe nicht. Das sind zwei. Alter, geh in die Kante. Das wird nicht, die sind zu weit weg. Die sind zu weit weg. Für die Waffe, die macht zu wenig Damage. Für die Entfernung. Ja, ich muss genau so hingehen, dass ich die erschießen muss. Ach, erschrocken habe ich mich. Eine Kugel brauche ich noch. Ach, da lädt alles nach. Oder sie lädt alles nach. Ja, die waren noch zu zweit. Ach, der ist tot. Erstmal gucken, was wir hier haben. Ich will eins mit einem Bums. Ich weiß nicht. Ich will zwei. Anne, ich will eins mitnehmen. Beide ich beim différence. Ich habe einen Bums. Ich habe ein Bier, das kommt. Ich habe einen Bums. Vielen Dank.